Ich begrüße sehr herzlich Frau Professorin Christina Kaufmann, der wir ja eigentlich dieser Ausstellung verdanken. Ich möchte einfach nur so sagen, wie ich einfach da so rangehe. Es sind erstmal unendlich viele Fragen, die man so an so eine Künstlerin, die aber leider nicht mehr unter uns war. Sie ist ja noch 1859 geboren und 1938 ist sie entschwunden und im NS-System runtergegangen. Auf jeden Fall, was Sie alles durch Ihr Lebenswerk uns zeigt, ist schon hochspannend. Und die Fragen sind eigentlich die, wie lebten Frauen und die Gesellschaft in dieser Zeit? Was konnten Frauen lernen? Was haben sie gelernt? Was haben sie dann beruflich umsetzen können? Welche Sichtweisen haben sie auf die Gesellschaft? Was war eigentlich alles das, was ihre Arbeit prägte? Welche gestalterischen Mittel hat sie sich erarbeitet? Weil immerhin war ja die Fotografie ja noch ganz und gar am Anfang. Und das ist natürlich das Interessante, wie alles begann. Ja, jetzt habe ich mal genügend, dass das Mikrofon ausprobiert. Jetzt bitte ich Frau Christina, Frau Professorin Christina Kaufmann, mir an. Sehr geehrte Frau Pitzens, liebe Damen und Herren, ich muss sagen, es ist eine sehr große Freude, in diesem Haus zu sein. Und wir sind neben mir mit Marie Gostlich aus dem preußischen Land Brandenburg-Legere gekommen. Und das ist nicht das erste Mal. Der Ursprung ihrer Popularität, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Kenntnis über diese Frau, das war der Verdienst der Arbeiterfotografie und da die Präsentation auf der Fotokina und die Ausstellung wurde ausgezeichnet als Nummer zwei unter den zehn Personen. Und dann eines Tages sprach mich der hier anwesende, der Dozent Hegele im Fotomuseum in Berlin an, ja, also eigentlich eignet sich die Marie Gostlich, das seinen Studenten vorzuzeigen und zu sehen, was sie gemacht haben. Und aus dieser Zusammenarbeit mit ihnen kam diese Serie von Bildern und meine Begeisterung war unendlich groß, als ich dann kam dort und gesehen habe, wie die Ausstellung auch gestaltet wurde von den Studenten als thematische Ausstellung an die Größe der Glasnegativen. Also hier kann man sich noch leichter vorstellen, das sind überall Glasnegative und das sind diese Abzüge, weil sie im Farbton und in der Größe und in der Qualität also dem Original sehr nahe sind. Also Sie können sich vorstellen, das sind Glasnegative, die man nicht immer behandeln kann, ja, die kann ich nicht ausstellen, ich kann nur das, was man also digitalisieren könnte, dann ausstellen. Dieses Bildmaterial ist Privateigentum, also die Glasnegative und alles andere ist Privateigentum des Albrecht Hermann, dessen Mutter die Bilder gerettet hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Haus belegt vom russischen Soldaten und es ist ihr gelungen, das so zu verstecken, dass sie nicht zertrümmert wurden. Sie hat es auch nach dem Ablegen von Marie Goslich gerettet, ja, eigentlich gerettet, weil alles andere, Memoiren, Bilder, Marie Goslich, die sie gemalt haben, alles ist verschwunden. Das einzige waren die Glasnegativen, zwei Briefe des Sohnes und paar Notizen und unsere Arbeit in allen möglichen Archiven, um die Zeitungsartikel zu finden und zu belegen, was sie gemacht hatten. So, ich freue mich, dass eben auch mit dieser Ausstellung wieder die junge Generation einen Einblick in diese schwarz-weiße Fotografie mit ihren Zauber erhält und bedanke mich nochmal, dass wir bei Ihnen sein können und ich habe so das Gefühl, wir werden noch andere Sachen zusammen machen. Danke sehr. Applaus 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 Musik Musik Musik